Mr. Perlman. Willkommen. Danke für die Einladung. Aber gern. Ich bin konfirm. Si, Elio. Soll ich dich rumführen? Das wäre toll. Danke. Und was treibst du hier so? Bücher lesen, Musik transkribieren, im Fluss schwimmen, abends ausgehen. Klingt gut. Alles klar. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dahin müssen wir ihn noch sechs lange Wochen ertragen. Ausgeprägte Muskeln. Diese Statuen sind in sich nicht gerade. Sie sind alle gekrümmt. Manchmal unmöglich gekrümmt. Und sie sind durch ihre zeitlose Ambiguität so ungehemmt, als würden sie uns herausfordern, sie zu begehren. Gibt es auch was, das du nicht weißt? Wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt. Von welchen Dingen sprichst du? Du weißt genau, welche Dinge. Weißt du, was ich denke, was es heißt? Ich hätte dir nichts sagen sollen. Dann tu so, als hättest du nichts gesagt. Die Natur hat ihre verblüffenden Methoden, unsere Schwachstellen aufzuspüren. Nenn mich bei deinem Namen, dann nenn ich dich bei meinem. Hazeln werken. Tja, wie möglich, die Natur hat mit unserer Vertraue zurück. Vielen Dank.